Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer letzten Ausgabe der Lenz des Shortcuts auf der Hannover Messe. Heute wollen wir mal schauen, wer eigentlich die Leute im Hintergrund sind, die hier alles am Laufen halten und die dafür sorgen, dass sich unsere Kunden und unsere Gäste auf dem Stand wohlfühlen. Ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal, ob wir nicht den einen oder anderen finden, der uns dann noch mal ein paar Worte zu sagen kann. Hi! Kannst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Moritz Schulz und ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr. Alles klar. Und was macht ihr als Auszubildende hier auf der Hannover Messe? Wir sind für das Catering zuständig. Super. Das läuft ja, wie ich sehe, super gut. Ich habe auch gehört, ihr habt immer super Spaß dran. Was macht es denn aus, dass ihr immer gerne wiederkommt? Der Kontakt einfach mit den Menschen und einfach auch mal die Kollegen kennenzulernen, die man so in der Ausbildungswerkstatt einfach nicht sieht. Alles klar. Dann danke ich dir hier auch schon mal fürs Interview auf jeden Fall und auch für diesen tollen Job, den ihr hier macht und dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. So, das war's auch schon wieder. Fünf Tage Hannover Messe sind vorbei. Wir verabschieden uns. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit den Lenses Shortcuts. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.